Grüße Sie, Herr Kalko. Ich grüße Sie auch, hallo. Ich sehe Schmidtspiele heute mit Kakerlaken hier. Ist doch eigentlich ein bisschen ein ekelhaftes Thema, vor allem im Urlaub. Wieso? Na ja, Kakerlaken auf der einen Seite eklig, auf der anderen Seite, wenn man sich die anguckt, haben sie natürlich auch was Sympathisches. Auf den zweiten Blick vielleicht. Auf den zweiten Blick, na ja, vielleicht schmecken sie auch dementsprechend. Es gibt ja manche Geschichten, die essen die sogar. Sollen ja ganz schön vitaminhaltig sein. Wir versuchen auch mit dem Spiel Vitamin in die Spielebranche reinzubringen. Wir haben ja einige Kartenspiele unter der Marke 3 Magia rausgebracht. Kakerlaken Salat, Kakerlaken Poker. Und wir kommen jetzt mit dem ersten Brettspiel raus, wo es um strategische Spielzüge geht unter dem Namen Kakerlaken Duell. Also kommen Kakerlaken eigentlich gut an? Na ja, Kakerlaken kommen gut an. Absolut. Nicht nur bei uns, weil wir erfolgreich die Produkte verkaufen. Nein, sondern auch dieses Thema hat was Sympathisches. Und es ist ja nicht ekelerregend, sondern es hat ein bisschen Sympathie wert. Welche Altersgruppen sprechen Sie denn an mit diesen Brettspielen? Na ja, wir gehen in der Kakerlaken-Serie, gehen wir ein bisschen an die Familien ran. Aber wir kommen schon mit Kindern von sechs Jahren plus, sprechen wir dort an. Und die können mit ihren Eltern spielen, können aber auch dann unter Gleichgesinnten spielen. Von daher gehen wir da näher in den Familienbereich. Ich habe hier ein bisschen rumgeguckt auf dem Presseforum. Es sind ja unglaublich viele Apps zu sehen, Interaktionen mit der digitalen Welt. Sind Sie da auch aktiv oder sagen Sie, wir bleiben bei den klassischen Brettspielen? Na ja, wir sind da auch aktiv, allerdings nicht unter der Marke Schmidt oder unter der Marke 3Magier. Wir haben ja ein Schwesterunternehmen, welches Kiddings Media heißt. Unter dieser Marke vermarkten wir Apps. Wir vermarkten da, Mensch ärgere dich nicht, Apps, Kniffel-Apps. Wir machen dort unsere eigenen Apps mit unseren eigenen Charaktern, wie Benjamin Blümchen, Baby Blocksberg. Aber das vermarkten wir nicht unter der Marke Schmidt oder 3Magier. Für uns ist das Thema Apps und der Zusammenhang mit Elektronik auch sehr wichtig. Allerdings, wir persönlich sind der Meinung, dass eine App immer nur dann funktioniert, wenn es auch ein Edit Value, wie wir so neudeutsch sagen, hat. Wenn es einfach nur eine Ergänzung zum Spiel ist, was man auch über Karten oder über ein Brettspiel selber lösen kann, dann bringt es eigentlich nicht diesen Mehrwert. Und wir sind augenblicklich an einer Technik dran, den Mehrwert einer App in Verbindung mit einem Brettspiel zu entwickeln. Und wenn das serienreif ist, dann stellen wir das auch hier auf so einer Spielwarenmesse vor. Jetzt würde mich aber doch gerne interessieren, wie dieses Kakerlaken-Spiel hier denn funktioniert. Okay, da gucken wir doch mal den beiden auf die Schultern. Es geht im Grunde genommen darum, dass es zwei Personen gibt, die auf der einen Seite hergehen und versuchen, gegen den anderen im Duell zu kämpfen. Der dort Menderes als Kakerlake verkleidet, verdeckt verschiedene Spielsteine in einer bestimmten Art und Weise, und man muss versuchen, über einen Zugmechanismus des Gegners so nah wie möglich an ihn heranzukommen. Also so eine Art Halmer oder Dame, nur etwas komplexer, glaube ich, oder? Absolut. Mit weniger Spielschein, ein bisschen strategischer und ein bisschen verdeckter. Und damit auch im Grunde genommen das Zwei-Personen-Spiel, wo man halt versucht, den anderen ein bisschen in die Enge zu treiben. Kann man auch um Geld spielen? Jedes Spiel können Sie um Geld spielen, aber es geht mehr um Fun. Ich denke mal, und dann noch Kakerlaken irgendwo dazu zu haben. Vielleicht spielt man auch mal, derjenige verliert, muss vielleicht eine Kakerlake essen. Ich glaube, die beiden spielen auch um Kakerlaken, oder? Naja, also wir haben da ein bisschen was aufgetischt. Es gibt irgendwas Kakerlakeiges, es gibt was Frittiertes, es gibt was in Salz Eingelegtes. Naja, mein Geschmack wäre es jetzt nicht, aber ich denke, wer Freude daran hat, soll es machen. Was dürfen wir denn für ein Spiel in der Zukunft erwarten? Wo geht die Reise hin? Naja, wir haben ja eine Breite von klassischen Spielen. Sie wissen ja, die Mutter unseres oder das Mutterspiel von uns ist Mensch, ärger dich nicht und Kniffel. Mensch, ärger dich nicht haben wir ja vor zwei Jahren das 100-jährige Jubiläum gefeiert. Also ein Spiel, ein absoluter Klassiker, verkaufen wir in wirklich tollen Stückzahlen nach wie vor. Und man mag ja denken, jeder Deutsche hätte ein Mensch, ärger dich nicht zu Hause. Trotzdem verkaufen wir wirklich im hohen sechsstelligen Bereich jedes Jahr Mensch, ärger dich nicht. Das ist so der eine Bereich. Aber der andere Bereich... Gibt es da auch eine App dazu? Da gibt es auch eine App dazu, eine sehr erfolgreiche App. Schauen Sie mal nach. Man kann Multiplayer-Funktionen spielen, also es ist wirklich super toll. Dann auf der anderen Seite entwickeln wir natürlich jedes Jahr neue Produkte. Wir kommen mit neuen Spielen raus für Kinder, wir kommen mit neuen Spielen raus für Erwachsenen. Und wir haben ein breites Sortiment, was Puzzles angeht für Kinder und Erwachsenen. Und das mag Ihnen vielleicht auch schon untergekommen sein. Wir bringen ja Sorgenfresser oder wir haben Sorgenfresser im Programm. Das sind die mit dem Reißverschlussmund. Und auch das ist eine sehr erfolgreiche Linie, die wir herausgebracht haben. So erfolgreich, dass wir im Herbst diesen Jahres mit einer TV-Serie hier dort starten. Es kommen 26 Elfminüter raus. Wo kann man das sehen? Wir sind auch im Blick noch in Verhandlung mit zwei großen TV-Stationen. Die Entscheidung wird jetzt in den nächsten Wochen getroffen. Aber ab Herbst sind wir on-air. Und man kann sich auf unserem Messestand auch schon die ersten fünf Minuten dazu angucken. Also das sind große Aufgaben. Dann auf der anderen Seite, ich habe es eben erzählt, wir sind ja in der Firmengruppe auch Rechteinhaber von Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg, Bibi und Tina. Auch absolute Klassiker. Und Bibi und Tina hat jetzt durch den Kinofilm natürlich auch, oder durch den vierten Kinofilm, der jetzt rauskommt, eine große Fangemeinde. Und da kommen wir mit einem neuen Spiel dazu raus. Genauso gibt es den Hexenwesen und, 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 und. Also querbeet in der Spielewelt. Sagt auch wir alles noch was. Sagt auch ihm was. Wunderbar. Jetzt habe ich eine Frage noch. Wir erwarten gleich einen Star-Gast. Was können wir uns denn da erwarten? Naja, also der Star-Gast, wie es mit Stars so ist, die kommen so ein bisschen später. Das knistert so. Wir haben ja einen Star schon hier, aber der zweite Star-Gast hat leider ein bisschen Verspätung gehabt. Ich plaudere so ein bisschen auf dem Mähkästchen. Aber auch ein Star ist vor Umwelteinflüssen nicht so ungewinkt gewidmet. Aber Dizzy Mirenik kommt jetzt gleich auch im Kakerlaken-Kostüm und wird dann gegen einen Dschungelkönig antreten. Und die beiden werden dann eine Partie Kakerlaken-Uell spielen. Da freue ich mich drauf. Ja, ich mich auch. Vielen Dank. Schöne Messe. Wünsche ich Ihnen auch. Alles Gute. Danke Ihnen auch. Tschüss.